Stellen Sie sich vor, Sie können nicht nur ein Leben führen, sondern beliebig viele. Durch die Digitalisierung erleben wir schon heute digitale Welten und Räume, in denen wir uns noch durch VR-Brillen und Joysticks fortbewegen können. Diese Metaversen eröffnen einen riesigen Markt mit über 800 Milliarden Dollar Umsatzprognose für nächstes Jahr. Um einen Einblick in das bislang für viele als Nischenthema abgehandelte Metaverse zu erlangen, erschien jetzt das Buch der Autoren Julia Finkeisen und Thomas R. Köhler. Metaverse, Megachance. Mein Kollege Philipp Röttger hat Julia Finkeisen in München getroffen. Es ist das Thema der Zukunft. Metaverse ist eine neue Welt, ist eine neue Realität. Es ist ein ganz brandaktuelles Thema und ich freue mich sehr darauf. Den Namen Metaverse haben die meisten schon einmal gehört. Doch um dieses komplexe und nicht greifbare Thema zu verstehen, haben die Autoren Julia Finkeisen und Thomas Köhler ein Ratgeberbuch geschrieben. Chefsache Metaverse. Ja, also wir haben uns eigentlich jede Branche angeschaut und können auch zu jeder Branche etwas sagen. Wir haben aber auch eine generelle Einführung in das Thema gegeben, die wirklich für jeden Menschen interessant ist. und wollen einfach am Ende vom Buch auch den Menschen ganz anschaulich zeigen, wie steigen wir denn da jetzt eigentlich ein ins Metaverse. Das Metaverse ist das Universum über dem bisherigen Internet. Es ist ein virtueller Raum, der immer online ist und in den jeder eintreten kann. Auf Konzerte gehen, Freunde treffen oder an Meetings teilnehmen. Im Metaverse kann man all das erleben und es fühlt sich so an, als wäre man live mit dabei, obwohl man eigentlich zu Hause im Wohnzimmer sitzt. Nicht nur Privatpersonen nutzen das Metaverse. Auch Unternehmen können in die virtuelle Welt mit eintreten, um zum Beispiel Geschäfte abzuwickeln. In dem Buch Chefsache Metaverse wird den Firmen weitergeholfen, wie sie mit dem sogenannten Web3 umgehen können. Das ist ein sehr spannendes Buch, das aktuelle Themen adressiert vom Metaverse oder bei NFTs. Und ich glaube, es ist ein Buch, was jeder Entscheider, jede Entscheiderin sich anschauen sollte. Ich komme aus dem Bereich und daher finde ich es sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon auf das Buch. Das Buch macht Sinn, man ist genau dabei und man muss schauen, wo es hingeht. Metaverse soll also die Zukunft der Kommunikation sein. Durch zum Beispiel VR-Brillen kann man in die virtuelle Welt mit eintreten. Doch natürlich bringt so eine Innovation auch Risiken mit sich. Julia Fink-Eisen ist auf diese natürlich in ihrem Buch auch eingegangen. Alles so erklärt, dass es auch jeder versteht. Also das Buch Chefsache Metaverse ist ja sehr verständlich geschrieben. Also auch ein technischer Laie, jemand wie ich, der aus der analogen Welt kommt und auch immer noch selber sein Auto steuert, der versteht mit der Lektüre dieses Buches, was Metaverse ist, was Metaverse sein kann. Und vor allem gibt es hier ein Gefühl, dass die Zukunft doch gar nicht so grau ist, wie wir alle glauben. Im Grunde, finde ich, muss jeder Mensch heute wissen, was ist das Metaverse, was verstehe ich darunter. Auch Familien mit Kindern sollten natürlich sich damit auseinandersetzen. Und ich denke, es ist für jeden Menschen, der unternehmerisch tätig ist, eine Erweiterung seines Geschäftsfelds. Immer mehr Unternehmen wollen nun die Chance nutzen, in diese virtuelle Welt mit einzusteigen. Denn die Möglichkeiten im Metaverse scheinen schier unendlich. Die Frage ist nicht, ob Unternehmen sich vorstellen können, ins Metaverse zu gehen, sondern die Frage ist, ob sich die Kunden von Unternehmen vorstellen können, ins Metaverse zu gehen. Und wenn die Kunden von den Unternehmen im Metaverse sind, dann müssen die Unternehmen auch ins Metaverse gehen. Also wenn man das Buch gelesen hat, wird man sehr viel Informationen bekommen, die aber Gott sei Dank leicht verdaulich sind. Also nicht jeder ist mit Bits und Bytes geboren und kann jede Datei sozusagen von links nach rechts drehen, sondern das ist durchaus verständlich für jeden Unternehmerinnen und Unternehmer gemacht und geschrieben. Die neue virtuelle Welt wird die Zukunft prägen. Darin ist sich die Autorin Julia Fink-Eisen sicher. Und mit ihrem Buch Chefsache Metaverse ist auch jeder auf diese neue Welt gut vorbereitet.